Yo Leute, was geht ab? Heute ist richtig geiles Wetter, wie ihr sehen könnt. Und heute gibt es eine richtig geile Outdoor Session. Ich nehme euch mal mit und die anderen sind schon dabei und wärmen sich auf. Wir haben hier den Maverick, den Elias, den Sexy Finn und, na wo ist er denn? Tommy Homie. Also es wird eine richtig geile Session und das erste, was ich natürlich mache, ist, die anderen wärmen sich ja schon auf. Ich muss erstmal in die richtigen Klamotten kommen, also, würd ich sagen, zeig euch mal wie ich das mache. Nice. Wir sagen, let's go. So, das erste, was ansteht, nachdem ich die geile Schirte angezogen habe, ist natürlich Warm-Up. Auf, auf, auf! Ah! So Leute, jetzt wird der Thomas einer unserer geilsten Challenges machen. Und zwar wird er zum ersten Mal diesen Kong Leap hier machen. Ich kann ihn voll verstehen, denn ich hatte auch mega Shit, als ich ihn zum ersten Mal gemacht habe. Ich freue mich richtig, wenn Thomas es schafft. Weil die ist eigentlich ganz geil, die Challenge. Kostet dann nur mega viel Überwindung. Und das ist jetzt das, worum es hier geht. Und ich schätze Thomas so ein, dass er es auf jeden Fall schafft. Das wird richtig geil. Und dann geht's los! Nice! Nice! Wuhuu! Easy! Souverän! So Leute, wir fahren jetzt zum nächsten Spot. Go! Hoch! Tom! Ja! Ja! Sehr schön! Nein! Und! Und! Boah! Ja! Ja! Boah! Boah! Ja! 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 Lift yet! It's in the right direction! Music playing Easy! Alter, bleib stehen du! Yeah! Music playing Music playing Yo Leute, das war's mit dem Video, ich hoffe euch alles gefallen, lasst einen Daumen da, schreibt Kommentare und ballert Leute, let's go! Willst du was sagen, Everett? Ja! 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 Wooo!